Konnichiwa! Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich jemand Besonderen dabei und zwar Miso Anton Achja, du bist ja der Buschel Ich habe gehört, du hast einen Youtube-Kanal Ja, der heißt Baum bekriegt aufs Maul Gerne mal abonnieren Ne, ich finde es echt mal cool auch bei dir auf einem Einzelkanal drauf zu sein, echt ist es echt nice Wir sollten mal demnächst japanische Werbungen zusammen machen Sollten wir japanische Werbungen zusammen machen? Schreibt es in die Kommentare Da kommt immer der Youtube und wir sollten Wir sollten Kooperationen schlagen Ich schwöre, das nennen wir dann Buds Game Nee, ist dumm, Game Buds Ist dümmer, aber passt Komm, 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 komm Also, falls ihr mal auf den Kanal schauen wollt Der ist natürlich unten verlinkt und am Ende seht ihr das auch nochmal Leuchtig! Genau, und warum stehen wir jetzt eigentlich hier? Freue ich mich auch noch Ich habe wieder was geliefert bekommen und der Buschel hat das dabei und der hat die Ehre, das für mich auszupacken Und ich schau mal weg und bin mal gespannt und dann sagst du Erstmal, ich sag erstmal nichts und dann sagst du erstmal was Okay Das ist eigentlich eine krasse Ehre, wenn du beim Unboxing wie du dabei bist als Gast und das wir aufmachen kannst Das ist wie die Hülle beim iPhone runter machen hier diese Folge Ich bin eigentlich echt, ich liebe es auszupacken, aber das ist ja mal Was ist das? Sieht doch aus wie so Ducktape mit Ducktape abgegleistert Ja, das sieht gar nicht mal so zu männlich aus Ja, das ist eine Gesichtsmaske Natürlich typisch japanisch, denken wir, wie wir so kennen Da speichert ihr das, hier kommt von mir Oh, das ist kaputt Oh, das ist kaputt Und damit die Leute besser sehen können, was das ist schneide ich mir mal um die Wascheln Hi Haha, sieht schon putzig aus Sieht schon Ich glaub, der erfüllt grad sauviel Fanservice für GameBuds Zuschauer Ja Die Schweinen Ja, und das ist dabei auch wieder von Wish das ganze gewesen Warte, da hab ich glaube ich so ein Maskenmodel sein Ja, gerne Du musst beschreiben Achso, hier haben sie die Maske, die sitzt über dem Gesicht Wir haben hier dieses K-Y-I-Zeichen, die ungestellte 3 Die kennen wir Und an der Seite, um die Unschuldigkeit auszudrücken Rote Bäckchen Wir bedanken uns vielmals, falls sie das bestellen wollen Dann können sie das gerne machen unter der 0000 oder www.de Man hat meine Mutbildung gar nicht dazu gesehen, ne? Achso, ja Aber um zu denken, ruf an Wählen sie verschiedene Nummern Ja, dann würde ich mich mal bedanken Und ich glaube, ich habe wiedersehen Wiedersehen Wiedersehen, wir sehen uns auf einem anderen Kanal Nein, nein, nein Nein? Okay, alles da Dann sehen wir uns demnächst wieder Und packen wieder was zusammen raus Können wir nochmal den geilen männlichen Tanz machen vom Anfang? Ja Auch wenn es heißt ja eigentlich bloß Hallo, ne? Dann machen wir WACHI NIKON